Tai Chi ist Teil der traditionellen chinesischen Medizin. Tai Chi trainiert Muskeln, Sehnen und Gelenke optimal. Entlastet und stützt die Wirbelsäule, fördert das Gleichgewicht, stärkt das Immunsystem, die Atmung, die inneren Organe und vieles mehr. Auch das Gehirn wird trainiert. Alle Bewegungen können ohne körperliche Überanstrengung durchgeführt werden, weil sie ruhig und harmonisch sind. Tai Chi ist aber nicht nur aktive Bewegung, sondern vielmehr ein Zusammenschluss von Körper, Geist und Seelen. In China sagt man, wer Tai Chi lernen möchte, der sollte einfach anfangen. Wir freuen uns, wenn sie mit uns üben. In China sagt man, wer Tai Chi. In China sagt man, wer Tai Chi. In China sagt man, wer Tai Chi. Die kann man nicht einfach anfangen. In China sagt man sie auch an.